der rote key ist ein secret ok wenn du das sagst spiel wenn du das sagst wird schon stimmen nehme ich mal an wieso war denn der durchgang bitte angeblich zu was glaubst du denn der war von anfang an offenbar wieder reingelaufen bin wenn das ist nicht hier um der ist das hier so ein bisschen wir alles und ich habe vor der hilfe Kein Gegner, der mich direkt anströmt? Also nicht Plutonia. Du, das ist ein Node. Du, das ist ein Node, das ist so dunkel wird, ich höre noch den Gegner, aber ich sehe ihn nicht mehr. Oh, easy. Gar kein Ding, nicht. War ja nur ein Revenant. Wann ist das schön prangeln gewesen? Ne, was? Ich verstehe nicht. Meine Breite ist 1200, warum fragst du? Passe ich nicht hier oben in das Loch. Sieht aus, als könnte man da hoch. Oder auch nicht? Ist das Verarsche oder? Ist nur Verarsche, kann das sein? Ist nur Verarsche, oder? Ach so. Ich verstehe nicht. Hast du nicht Türen, die so breit wie dein ganzes Haus sind? Halt mal kurz. Ich kann dich sehen, du geheime Tür. Und wie gehst du auf? Nein. Okay. Ich komme später bestimmt hin. Ehhh. Aber heißt das, dass der rote Key irgendwie ein Bonus ist? Weil, da ist das schon in einem Secret drin. Ich meine... Ehhh. Ehhh. Ich habe noch mehr Details. Gut, jetzt habe ich alle Keys schon. Das ging schnell. Und da war noch mehr von diesem Gang. Noch mehr ist ich von überzeugt. Du bist doch nicht tot, wenn ich direkt vor dir stehe und in die Fresse schieße. So, bitte seien sie doch einfach mal tot. Oh, Helme für meine Helmsammlung. Ah, jetzt sehe ich den Durchgang auch hier. Oh nö, wieso fliegst du da wieder? Diese Drecksviecher. Äh. Habe ich eben 5 Schaden gemacht? Kommt die eben aus der Wand raus? Ne, ne? Hm. Äh, wie muss ich sagen? Es war echt lange her letztes Mal Final Doom. Oh, ich kenne Level nicht auswendig. You kenne sie Level nicht auswendig. Oh Gott, oh Gott. Niemand mag diese Viecher. Niemand. Ist das die Gang da oben offen? Ne. Ne. Das Secret ist verschlossen. Nein, das ist einfach nur Scheiße. Keine verfallte Tomate. Das ist jetzt was anderes. Ist der Schalter noch aktiv? Muss ich ihn jetzt nochmal drücken? Ne, ist aktiv. Okay. Ne. Hat das irgendwas geändert? So ist er das hochgefahren. Geh mal ein bisschen auf Abstand. Ne, grün habe ich ja schon festgestellt. Tötet mich hier. Also in dem Level. Im anderen Level ist das möglicherweise anders. Ich hätte ihn natürlich jetzt einfach so alle tot schlagen können. Aber es wäre langweilig gewesen. Ist hier noch irgendwas, dass ich jetzt so wirklich gefährlich werden kann? Ne, okay. Da sind ja fast schon alle gegen den Tod. Ist ja nicht einfach... Achso, das ist... Ich weiß nicht. Ich habe jetzt auch irgendwie damit gerechnet, dass da noch was kommt. Aber... So ein Archweil oder sowas. Oder das Spiel. So gar keinen Bock drauf. Ah, noch Raketenwerfer natürlich. Natürlich. Ah, Kettenwerfer. So. Hier haben wir einen neuen Mutlitz. Komisch, das Ganze hier. Ich bin schon am Ende, aber mir fehlt noch so viel. Ich denke, die Ecken sind so komisch, sehe ich jetzt erst. Oh, da kommt noch mehr. Oh. Oh. Dafür hätte ich die Unverhundbarkeit gebraucht, verstehe. Ah, dafür brauchen wir die. Siehst du, es gibt alles Sinn. Wo ich die Wicke Armer schon mitgenommen habe. Wieso spawnen die denn nicht früher? Die hätten ja ruhig ein bisschen früher spawnen können, würde ich sagen. Nehmen wir halt das auch noch mit. Wer zu der Frage bringt. Secrets. Also da ist noch ein Durchgang, den ich wer weiß wie öffne. Da ist noch ein Loch, wo ich wer weiß wie reinkomme. Hm. Da hinten im Secret war ich drin. Da geht es noch zum Ausgaben. Äh, wie? Geht nicht? Geht nicht. Okay, das da drüben geht nicht. Ist möglicherweise kaputt. Okay, bisher habe ich nur den gelben Key gebraucht. Ne, den roten gibt es da hinten. Aber wo brauche ich dann den blauen Key? Hm? Ach, nehmen wir es halt gleich mal mit. Vorher hatte ich vergessen. Das ist mir natürlich noch nie passiert. Aber... Frage ist jetzt auch, wie mache ich den Durchgang auf? Erstmal noch die 2-Minute-Shotguns mitnehmen. Hm, das Loch am Levelstart. Was soll dieses Loch gewesen sein? Spiele ich nicht. Oh Junge. Ich müsste jetzt auf die Säge wechseln, aber... Hopp, ich weiß nicht. Ich schieße aber weiter. Ja. Ja. Sonst nix mehr, oder? Ist auch dieser Weg nach draußen. Da drin war nix mehr, oder? Ne, jetzt noch Schaden. Ja, dann muss ich die Waffe wechseln, das dauert zu lang. Okay, jetzt habe ich noch dieses Ding am Eingang und den Durchgang, der sich nicht öffnet. Und ich habe keine Ahnung, wie ich den öffne. Ich habe auch keine Ahnung, wie ich in dieses Loch da kommen soll. Ja, das war noch ein paar Shotguns mit. Bitte gehen Sie doch einfach mal auf in die anderen Durchgänge. Das ist inkontinent. Ja, ich weiß jetzt am Start noch was ist, aber ich müsste auch wissen, wie ich da reinkomme, ne? Weil da liegen Kisten davor. An denen kann ich nicht vorbeilaufen. Glaub ich, oder? Ne. Da ist ein Loch. Ich weiß wo die zwei Secrets sind. Ich weiß nicht, wo ich hier hinkomme, weil am einen weiß ich nicht. Ach, da ist ein Schalt. Ah, okay. Hier habe ich das jetzt gemacht. Ne, ernsthaft, hier habe ich das jetzt gemacht. Ach so. Ach so. Spend. Deine Ahnung, mit der Gatling durchheizen. Was ist hier das ist kein... ja easy, so gut, jetzt muss ich doch irgendwie so einen Durchgang öffnen und dann ist das gut ich weiß, was das letzte ist, ich weiß noch nicht, wie ich es aufbekomme ist das Problem das Gelbe ist zum Öffnen? Welche Gründegänge meinst du denn? Ich weiß, wo das Secret ist, hier, ich kann es sehen, es ist markiert auf der Karte, hier Die Frage ist, wie öffne ich es? Das ist hier, ich kann es sehen Man sieht die farbliche Markierung, Moment Genau da ist es Das ist ein nicht geöffneter Durchgang Das hier, wer weiß, wie öffnet Nee, öffnet sie nicht, wenn man hier langläuft Ich kann ja auch nicht aufsägen Der wird von irgendwas aufgedrückt, jawaw Der wird von irgendwas aufgetriggert, der geil Danke für diese herausragende Information Irgendwas in diesen Gängen, ja wow Meinst du in diesen Gängen oder in den anderen Gängen? So, machen wir die Gänge nochmal an, boah, ich bin hier schon lange gelaufen, oder? Aber ich glaube, ich bin über irgendeine Helpbox vielleicht nicht gelaufen Oder meinst du diese Gänge hier? Könnte ich auch nochmal in diesen Gängen da unten hineinlaufen Und bisher habe ich ihn nicht getriggert Wenn die Metallwände waren Welche Metallwände? Gelb, wieso geht es gelb? Sag das doch, nicht einfach irgendwo in den Gängen hier Diese Präzision hier Die Metallwände waren Hier sind überall Metallwände Weiß nicht, ob sie aufgefallen ist So, und wo soll das jetzt hier sein? Und voir's noch ein bisschen Then werden wir schon mal nope Und gehen wir uns auf den Gängen Und dann gehen wir nach쪽en Er wird nicht aufgetriggert. Da muss ich rein, um es durchspielen zu können. So, wenn hier irgendwas ist, das den Trickert dann nicht hier. Oder ich treffe es nicht, oder ich kann den Schalter sägen, hier kann ich nicht, der Schalter ist zu hoch. Da ist wahrscheinlich eh nichts anderes drin. Das geht nicht auf. Sonst sehe ich auch nichts mehr, wo ich noch nicht war, oder? Ne, das war ich ja überall. Ne. Ja, zur Not scheiß auf der Secret. Da stimmt eh nichts Geiles drin. Wahrscheinlich eine Box mit Munition oder sowas. Ja. 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 Ja.